Alles okay? Ja, ja, alles gut. Ähm, wegen der Yoga-Sache nochmal. Ich finde, du sollst das wirklich mal ausprobieren. Das eröffnet ganz neue Perspektiven. Du legst dich ja ganz schön ins Zeug, um mich zu retten. Retten? Ich will dir nur helfen mit den Tieren. Ach so, und deshalb bist du ja gleich für deine Arbeitsklamotten aufgetaucht, ja? Erst Adrian mit seiner Fragerei, jetzt du. Kommen noch mehr Hobby-Psychologen. Leute, ihr braucht euch echt keine Sorgen um mich machen. Mir geht's gut. Sicher? Ich meine, manchmal denkt man, dass alles okay ist. Aber dann in Wirklichkeit... Danke. Oh nein. Was ist? Oh nein, die stinkt hier, die sind wieder ausgeblasen. Was? Oh Gott! Oh Mann! Du bist mal! Das ist nicht gut. Komm her, dann los! Ich gucke dich... I can't move him. Oh man.